Jo, was geht ab, Leute? Das hier ist ein kleines Best-Of aus den dümmsten Clips von absolut abgef***ten Leuten. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr schon ein paar Clips davon kennt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und an alle, die nochmal schauen, Kuss geht raus. Oh my God, bro. Was geht ab, ihr geilen Bittes? Habt ihr eigentlich schon mal einen Typen gesehen, der von einem Kamel gejagt wird? Jetzt habt ihr es auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich hoffe, euch geht's gut und wir starten direkt rein in das Video. Let's f***ing gooo! Leute, die Angst vor Bienen haben. Hä? Hallo? Was? Oha, Bro. Entspann dich doch mal. Das ist nur eine kleine Biene und kein verf***ter Löwe, der dich töten und aufschlitzen will. Der Arme hat gerade einfach Panikattacke bekommen. Okay, ich bin letztens so auf diese geile Straßenumfrage gestoßen. Und zwar, das hier ist der Typ, der halt immer die Fragen stellt. Und er ist mit diesem Mädchen unterwegs, namens Luise. Und ja, was soll ich euch noch sagen? Schauen wir es uns einfach mal an. Ihr habt eine Nacht mit Luise. Was würdet ihr machen? Ehrlich, wird sie bangen. Wird sie außereinander. Oh, Herr, na, Bro. Bitte nicht. Oh, Gott. Du bist nicht mal 15 oder so. Du darfst noch nicht mal Bier kaufen, Bro. Und wie willst du sie bitte auseinandernehmen? Come on, Bro. Du bist 12 oder so. Das einzige, was du wieder auseinandernimmst, ist dein Lego Minecraft-Set. Ich finde, sowas sollte auch mit in die Bewertung am Ende eingehen. So, Herr Meier, Sie haben zwar komplett in den Prüfungen reingeschissen und auch 120 unentschuldigte Fehltage. Das ist jetzt wirklich nicht so gut. Aber Sie haben es tatsächlich geschafft, die Flasche mit dem Zollstock zu öffnen. Deshalb sind Sie befördert. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe so leicht das Gefühl, Leute, die in der Ausbildung oder in der Berufsschule sind, haben wirklich jeden Tag Langeweile. Ich meine, guckt euch mal dieses Video an. Alltag an jeder Berufsschule. Bro, wo hast du jetzt die Taube genommen? Lass die Taube doch einfach Taube sein. Die hat doch selber gar keinen Bock auf diesen gesamten Berufsschulstress und alles. Wenn das so weitergeht mit ihr, dann endet sie noch so. Ja, zu viel Stress einfach in der Ausbildung. Man kennt es doch, ne? Sie macht nur ein kleines Schläfchen. Kleiner Powernap. By the way, haben Tauben nicht voll viele Krankheiten oder so? Der eine hat die Taube in seiner Tasche, nimmt sie wahrscheinlich noch mit nach Hause und hält sie als sein Haustier. Und die andere gibt der Taube einfach eine gottverdammte Mund-zu-Mund-Beatmung. Bah, was geht ab bei euch? Ich will mich hier über niemanden lustig machen, alles klar. Aber DJ Khaled, come on, Bro. Tu doch nicht so, als hättest du irgendwas verstanden, was der kleine Typ da gerade gesagt hat. Ach ja? Und was genau davon appreciatest du? Meintest du etwa, als er das gesagt hat? Poh, es tut mir echt leid. Ich komme in die Hölle dafür, dass ich mich gerade darüber lustig gemacht habe. Und wenn ihr gelacht habt darüber, dann kommt ihr auch in die Hölle, okay? Wir stecken da jetzt gemeinsam drin, alright? Unser allerbester Freund Max Pro Hat letztens in einem TikTok-Livestream irgendeine Challenge verloren. Keine Ahnung, was die Challenge war, okay? Seine Strafe ist es jetzt auf jeden Fall, dass er sich eine Glatze schneiden und beide Augenbrauen abrasieren muss. Bro, hätte ich die Challenge verloren? Ich würde niemals diese Strafe durchziehen. Ich würde einfach den Stream beenden und das nächste Mal in ein paar Wochen wieder online kommen, in der Hoffnung, dass die Leute es vergessen haben. Max Pro zieht es auf jeden Fall durch. Er ist ein Ehrenmann. Aber leider bereut er es danach auch geisteskrank. Oh Mann. Oh mein Gott, sieht das scheiße aus. Wie ehrenlos hat der andere auch gerade einfach einen Screenshot gemacht. Oh Mann. Bruder, der andere stirbt ja wirklich fast vor Lachen. Boah nee, wo ist denn er jetzt hin? Okay, Max ist wiedergekommen und er schämt sich auch so unnormal für die Augenbrauen. Man sieht das so heftig. Wir wollen bitte auch noch deine, äh, ah noch, nee nee nee, Sonnenbrille ab, zweite Augenbraue zeigen. Hopp hopp. Er ist unnormal mad gerade. Er ist wirklich innerlich am Kochen. Aber Max, come on, als würden wir das jetzt nicht checken und vergessen, nur weil du die Sonnenbrille aufgezogen hast. Wir wollen das sehen, los. Ach du Scheiße, setz die Sonnenbrille lieber auf. Komm schon, Bro. Was ist das denn? Eine heisige Scheiße. Wir wollen das sehen. Ich hab gerade gezeigt, Alter. Oh, er ist so sauer. Oh mein Gott. Ich hab das gerade gezeigt, ich muss das jetzt gar nicht nochmal zeigen. Geht, zockt er nicht. Der hockt jetzt in jöne Wohlzeit immer mit Sonnenbrille da. Ich saß. Was geht denn bei seiner Lache? Er wird einfach zum Wasserkocher. Naja, auf jeden Fall hat Max Bohler noch den anderen Teil seiner Strafe eingelöst und saß dann paar Minuten später so im Stream. Mal für fünf Sekunden deine Augenbrauen ab. Muss ich irgendwie überhaupt nichts machen. Und ich glaube, er bereut es auch gerade so unnormal, dass er sich einfach die Haare und die Augenbrauen abrasiert hat wegen irgendeiner TikTok-Challenge. Ich bin ehrlich, ich würd's auch bereuen, weil man sieht halt auch so den nächsten kompletten Monat aus. Er läuft den nächsten Monat so rum. Mach doch mal deine Sonnenbrille dabei ab. Ich muss überhaupt nichts machen und Endskurse stoßen. Ich hab vorhin eine Sekunde gezeigt und das war's. Ja, aber das war ja mit Haar auf dem Kopf. Jetzt hast du ohne Haar auf dem Kopf. Ich muss überhaupt nichts machen, was du willst. Mach doch bitte mal Dings ab, bitte. Ich muss nichts. Ich wünsch dir erstmal eine wunderschöne gute Nacht und wir hören uns. Ihr müsst erstmal weiter. Bye. Er ist so unglaublich sauer und geht auch jetzt aus dem Stream raus. Ich muss überhaupt nichts von dem, was du mir jetzt sagst. Max, das bringt jetzt auch nichts mehr. Du siehst jetzt halt leider schon so aus. Du hast schon verkackt, Bro. Es ist schon vorbei, es ist gelaufen für dich. Aber ey, also ich find deinen neuen Look ziemlich, ziemlich nice. Parking Tutorial. Also wäre das die praktische Fahrprüfung gewesen? Führerschein bestanden. Er steht einfach wirklich zentimetergenau perfekt in der Parklücke. Da freut sich der Fahrlehrer. Ich habe die größte Schirn der Welt. Willst du sie sehen? Ja. Oh, Herr. Der Arme hat einfach Flugzeuglandebahn auf seinem Kopf. Das ist nicht bodenlos. Also ich find sie auch sehr nice. Erinnert mich an irgendjemand anderes. Das hier ist so eine Gender-Reveal-Party. Also diese drei Geschwister revealen gleich, was das neue Baby im Bauch für ein Geschlecht ist. Und achtet mal bitte auf den Jungen, der unbedingt einen kleinen Bruder will. Der Frust sitzt tief. Ey, der Arme wollte unbedingt einen Bruder. Tja, hat wohl leider nicht geklappt, Bro. Viel Spaß mit drei Schwestern. Ach ja, und wo wir gerade so über Frauen reden, die sind auch super krass im Videospielen. Das hier ist ein Pro-Gaming-Turnier von den besten Frauen. Ich bin ja so gespannt, welche Spiele sie spielen. Gottlos, wer hier gelacht hat. Also ich bin für Frauenrechte. Ich bin einfach nur am Ende, denn gestern war wirklich so ein schlimmer Tag. Okay, das klingt ja aufregend. Der Tag hat einfach so schön angefangen. Ich war richtig lecker frühstücken und ich habe mich schon so lange auf diesen Tag gefreut. Denn gestern stand ja mein erstes Fantreffen in Stuttgart an. Oha, Fantreffen. Also so mit richtigen Fans von dir. Und bevor es losgegangen ist, habe ich mir noch ein Boblet-Tee gekauft. Ein Boblet-Tee. Ein Boblet-Tee. Dann habe ich mich hübsch gemacht und bin sofort in die Stadt gefahren. Und dann habe ich am Schlossplatz auf euch gewartet. Und zwar hier vor diesem Buchladen. Oha, nice. Jetzt kommt endlich das Fantreffen mit all den Fans. Ich habe einfach über eine Stunde gewartet und es ist einfach keiner gekommen. Ich habe mich so arg auf diesen Tag gefreut und war so traurig, dass keiner gekommen ist. Ach du Scheiße. Einfach kein Schwein ist gekommen zu dem Fantreffen. Ich habe mir dann zum Trost ein paar Bücher gekauft, bin dann nach Hause gefahren und war einfach nur todunglücklich. Todunglücklich. Ja, das sieht man dir an. Also ich bin echt froh, dass ich keinen von meinen Fans sehen muss, nachdem ich eure Kommentare lesen muss. Ich schaue deine Videos beim Scheißen. Beste Unterhaltung. Ich kann ohne deine Videos keinen verkackten Tag aushalten. Du versuchst mir jedes Mal den f***ing Tag. Ich hoffe für dich, dass du morgen ein Video hochlädst, sonst komme ich zu dir nach Hause. Verstecke mich hinter deinem Scheißbett und warte bis du einschläfst, damit ich dich im Schlaf entführen kann und nach Duisburg bringen kann. Und du kannst beten, dass das nicht passiert. Also Bro, bitte tue uns den Gefallen und lade pünktlich das Video hoch. Wen? Nee, du weißt ja, was dann passiert. Lösch dich. Und ihr wundert euch wirklich, wenn ich einfach einmal im Monat Pause von YouTube brauche. Ich kann ja gar nicht anders. Diese Videos sind für Leute mit Hirnkrebs. Du hast einfach zu 100% recht. Wenn deine Jungs eigentlich schlafen wollten, du aber nochmal Präsenz zeigen musst. Boah, Junge, was war das für ein gottloses Ding. Aber trotzdem mal so nebenbei, ich würde dieser guten Duftnote eine 10 von 10 geben. Was für eine Scheiße hat der bitte vorher gegessen? Was brodelt da in seinem Magen? Das erinnert mich an das Schulessen in den USA. Ach ja, die Hochzeit soll ja bekanntlich einer der schönsten Dinge im Leben sein. Und natürlich wird auch ein Antrag immer besonders sein. Der Mann lässt sich immer etwas richtig Spezielles und Romantisches einfallen. Ob an einem schönen Ort, zu einer schönen Zeit oder in der perfekten Situation. Der Antrag ist etwas Einzigartiges und soll für immer in Erinnerung bleiben. Oh nein, bitte ist es nicht das, was ich denke. In der Spilo einfach, wie unangenehm. Sie sieht doch schon den Ring und ey, Junge, Junge, Junge. Ja, dass du keine Ahnung hast, was du hier gerade machen sollst, checke ich. Das ist ja mal die schlechteste Vorbereitung. Und auch die schlechteste Idee, die ich jemals gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch. Immerhin hat sie Ja gesagt. Ich hätte auch verstanden, wenn sie Nein gesagt hätte und dann einfach geht. So, aber jetzt wieder zurück an den einarmigen Banditen und weiter hochdrücken. Scheiße, war das peinlich. Ihr kennt doch auch diese Klimaaktivisten. Also nicht verwechseln. Ich meine die Klimaaktivisten und nicht Klimaaktivisten. Ja, genau die hier, die sich ohne Sinn auf die Straße kleben. Die Armen, als hätten die nichts Besseres zu tun in ihrer Freizeit. Und um sich richtig festzukleben, braucht man halt auch seinen Kleber, den man extra mitgenommen hat, um seine beiden Hände auf den Boden zu klatschen. Ist ja logisch. Tja, nur zu schade, wenn man nur eine Hand festklebt und der Kleber plötzlich wegrollt. Oh, kommen Sie nicht mehr ran? Ist jetzt schlecht, ne? Sie kleben da. Oh, das tut mir aber leid. Also mir tut das gar nicht leid. Wie bitte? Ja, das tut mir absolut leid. Ich komme Ihnen mal ein bisschen entgegen. Komm, wir versuchen es. Jetzt nochmal probieren. Hier, hier, nimm doch den Kleber. Komm, 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 nimm den Kleber. Oder kommst du etwa nicht dran? Schade, wirklich sehr schade. Also ich finde, der Typ hinter der Kamera hat nichts falsch gemacht. Er hat vorbildlich gehandelt, so wie man halt in so einer Situation handeln muss. Ich frage mich, wie lange er das noch so gemacht hat mit ihr. 2.000 Jahre später. Jetzt nochmal probieren. Bro, was ist das für eine Wasserflasche? Stellt euch mal vor, ihr nehmt das Ding mit in die Schule und fangt dann mitten im Unterricht an zu trinken. Wow, stark. Sehr gut. Einfach halben Tsunami ausgelöst. Lifehack. Okay. Kann man da jetzt vielleicht sein Handy reinpacken und Filme schauen, wenn man hinten sitzt? Oder? Was zum F**k? Das ist ja mal der geilste Lifehack, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Wow. Ich kann es kaum erwarten, den Trick beim Auto von meinen Homies auszuprobieren. Oder beim Auto von meinem Vater. Komm, komm, komm. Komm, komm. Aber jetzt mal Real Talk. Was ist das für eine Sch**se? Ich zeig euch jetzt mal einen echten Lifehack, der auch nützlich ist. Und zwar kennt jeder die Situation. Ihr seid in der Schule, mitten im Unterricht. Alles ist still. Die Lage ist angespannt. Und plötzlich merkt ihr, wie ihr geisteskrank scheißen müsst. Also wirklich dieser eine gottlose Furz, der einfach raus muss. Man kann jetzt entweder den Furz verkneifen oder geht halt schnell vor die Tür. Aber da muss man auch am besten weit weg. Nicht, dass die Leute im Klassenraum das durch die Tür so hören. Ja, oder man benutzt einfach diesen krassen Lifehack. Man macht einfach ein lautes Geräusch, man hustet oder man lässt etwas fallen. Und genau im gleichen Moment, wo der Gegenstand auf den Boden aufprallt, lässt man seinen Furz raus. 100% Erfolgsgarantie. Oder halt 99% Erfolgsgarantie. Oder halt 98% Erfolgsgarantie. Ja, oder 97% Sch*** drauf. Solange ihr euch nicht einscheißt, ist alles okay. Ach du Scheiße. F. F in die Kommentare für einen gefallenen Bruder. Man sieht den Schmerz in seinen Augen. Der erste Lockdown ist jetzt drei Jahre her und ich habe aufgeschrieben, was in diesen drei Jahren in meinem Leben passiert ist. Viel Spaß. Ich habe die Matura gemacht. Ich habe zwei verschiedene Studiengänge angefangen und einen davon abgebrochen. Zwei Studiengänge. Das sind ja immerhin mal schon mal zwei mehr, als ich in meinem gesamten Leben gemacht habe. Ich war dreimal Corona-Impfen und habe zweimal Corona gehabt. Ich habe sechs verschiedene Freundeskreise verloren, drei beste Freundinnen verloren und habe zwei Trennungen durchgestanden. Ich habe mit dem Rauchen angefangen. Ich habe zwölf Piercings und 15 Tattoos stechen lassen. Ich habe mir schätzungsweise 20 Mal die Haare gefärbt, aber genau kann ich das nicht mehr sagen. Mein Bodycon ist von eins auf eine Zahl gestiegen, die ich nicht erwähnen möchte. Ich habe mich als bisexuell geoutet, glaube aber mittlerweile, dass ich pansexuell bin. Ich war viermal auf Akutpsychiatrin. Zweimal in psychiatrischen Tageskliniken und einmal in einer psychiatrischen Reha. Wow, 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 langsam. Ganz langsam. Ich habe fünf Diagnosen bekommen, bin jetzt mittlerweile in der Diagnostik für die sechste Diagnose. Ich bin in die Alkoholsucht reingefallen, habe es wieder rausgeschafft, hatte einen Rückfall. Ich war sieben Monate selbstverletzungsfrei, hatte einen Rückfall. Ich habe 13 Kilo abgenommen und vier Kilo wieder zugenommen. Ich habe fünf Jobs gehabt, die ich alle abgebrochen habe. Ich habe 19.000 Follower auf TikTok bekommen. Ich habe ein eigenes Auto bekommen und ich bin dreimal umgezogen, nur dafür, dass ich jetzt schon wieder bei meinen Eltern hocke. Das mit den 19.000 Followern auf TikTok hättest du echt weglassen können. Sie hat einfach in den letzten drei Jahren mehr erlebt als ich und alle Leute, die ich kenne im gesamten Leben. Du kannst ja schon einen halben Film darüber machen. Ich lag heute so entspannt in meinem Bett und war auf TikTok unterwegs und habe dort so die Livestreams mal abgecheckt. Dort gibt es halt so irgendwelche Streams, wo sich Leute matchen oder miteinander labern oder keine Ahnung was für Sachen machen. Alles oder nix, wie sieht es mit 7.000 aus? Wenn ihr 7.000 Zuschauer schafft... Bei 7.000 Zuschauern rasiere ich mir mit dem Messer die Glatze. 5.800? Dann bin ich auch noch so auf ein paar ASMR Livestreams gestoßen. Mmmh... Nice. Und dann habe ich noch diese Dame gefunden. Ich denke mir nichts und schaue einfach mal in den Livestream rein. Yo, I'm so sorry. Let's think you're going... Oh no. Die Arme hat es ja komplett nach hinten geflippt. Ihre halbe Wohnung ist kaputt gegangen. Hold on. Spin City wasn't... Ich hoffe euch geht's gut, denn ich habe hier jemanden, ne? Dem geht's gar nicht gut. Nein! Der Arme wollte doch nur arbeiten. Jetzt hängt er da. Oder auf diese Ideen kommen auch wirklich nur Männer. Sinn... Let's go, Jelly. Was das für eine Challenge? Was ist der da überhaupt? Scheint ja zu schmecken. Was war das denn? Lil Bro ist wirklich ein NPC. Mama! Was? Was war das für eine Scheiße, bitte? Der Typ ist maximal random. Und das TikTok genauso. Mama! Also, ich habe so viele Fragen gerade. Und genau so viele Fragen habe ich auch bei diesem Video. Balanciert er da wirklich einen Kühlschrank auf seinen Kopf und fährt dabei Fahrrad? Das ist wirklich der krasseste Trick, den ich seit langem gesehen habe. Andere lassen sich das Ding mit Transporter bringen und er nimmt es einfach so mit. Cleaning my room as a Roblox-Streamer. Again. Okay. Roblox-Streamer. Das kann schlimm enden. Aber sein Zimmer wird ja jetzt bestimmt nicht allzu dreckig sein, oder? First, I went over what we have. We have a Roach-Infestation. Whoa! Whoa! Stopp! Stopp, stopp, stopp! Was zum F... Du ekelhafter! I don't think it's caused by me. I think it's just a really invasive. We've got some bowls we have to clean up. Um, found this hot dog. Haha. July 4th. Alright, we clean up this chair. Ja, sehr krass aufgeräumt. Was für Sessions hast du da mit diesem Stuhl gemacht? Bruder, du bist der ekligste Streamer, den ich je gesehen habe. Sind alle Leute, die Roblox spielen, so drauf? Now we got some snack trays. Gotta clean these up. Don't want my dog to eat them. Bruder, bitte. Was für Snacks. Was für Snacks! Found a little baby Roach trying to get away. Sorry, honey. Didn't mean to leave that down there. Das ist deine Freundin. Wie... Also, wie läuft das jetzt ab, wenn sie bei dir zu Besuch ist? Zum Chillen oder so? Also, fällt dir das nicht auf, dass vielleicht irgendwas in deinem Zimmer nicht stimmt oder so? Und wieso seht ihr aus so wie Geschwister? All right, well, that's about it. The room's pretty clean now. We've made a lot of good progress. So we're just gonna finish up another day. I'm pretty exhausted, so stay tuned. Yeah, pretty clean. Safe, man. Ist richtig sauber bei dir. Lifehack für die Arbeit. Wenn du Überstumpen machen willst, ohne irgendwas zu machen, dann mach einfach den Trick. Du gibst einfach auf YouTube Windows-Update ein. Und dann kannst du ganz in Ruhe entspannen, während dein Update laden. Geiler Lifehack, muss ich sagen. Was ist, wenn da Werbung kommt? Ja, Bro, das ist eine gute Frage. Deswegen kenne ich da einen besseren Weg, wenn man nicht arbeiten gehen will. Wie viele Bundesländer hat Frankfurt? Oh nein, ein Quiz in Frankfurt. Das kann ja nur in die Hose gehen. Wie viele Bundesländer hat Frankfurt? Was ist das? Du weißt nicht, was ein Bundesland ist? Nein. Wie viele Bundesländer hat Frankfurt? Acht, zwölf. Nein, Kontinente sind doch zwölf oder zwölf. Wie jetzt? Ist das euer verdammtes Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst? Wie viele Tage hat ein Jahr? Acht. Tag hat ein Jahr. Acht. Wie kann man denn in der Schule so krass reinscheißen? Was? Zähl mal auf die Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Samstag und Sonntag gehört doch dazu. Bro, sie hat einfach IQ wie ein Toastbrot. 360. Wie viel? 360 Tage. Richtig, 360. Ja, immer noch falsch, aber wenigstens nicht so krass reingeschissen wie die zwei Mädchen da. Acht. Broder, acht. Ich kann das alles nicht mehr. Frankfurt ist echt die dümmste Stadt in Deutschland. Nach Duisburg natürlich. Und nein, ich wohne nicht in Duisburg. Du bist am Arsch, Bro. Du brauchst jetzt nicht so zu gucken. Du hast mit dem Feuer gespielt und dich eiskalt verbrannt. Selber Schuld. Guck mich nicht so an, okay? Er hat so mies reingeschissen, der wird sein Handy nie wieder bekommen. PC-Gamer. Der PC muss absolut leise sein. Auch PC-Gamer. Es gibt dir einen Hatsch-Up-The-Boot. Oh mein Gott, Bro. Hell no, man. What the fuck, man? Ich muss es ganz schnell vergessen und verdrängen, was ich hier gerade gesehen habe. Ach du heilige Sch**te. Ich muss aus gewissen Gründen das Video hier stoppen. Holy Sch**te, hat es die geflippt. Reingeschissen, wirklich hier reingeschissen. Genauso reingeschissen wie dieser alte Opa hier. Bro. Aber sag mal, hast du die Absperrung nicht gesehen oder so? Also. Alles geflippt. Er hat einfach tagelange Arbeit zerstört. Komplett zerstört. Dem Erdboden gleich gemacht, okay? Aber Bruder, bitte. Du bist alt, okay? Aber kauf dir doch eine Brille. Wie kannst du denn nicht checken, dass wenn da eine Absperrung ist, man besser nicht durchlaufen sollte? Der Arme weiß gerade ganz genau, dass er morgen alles wieder neu machen darf und keine Extrabezahlung dafür bekommt. I love my new fridge. Very excited about my new fridge. Look. I love my new fridge. Great, great, great. We're going to water. Why won't the ice stop? Funktioniert ja super. Die 2000 Euro haben sich gelohnt für das Teil. Bruder, wo will dieser Wasserstrahl hin? Und einfach kein Eiswürfel hat es ins Glas geschafft. Der Kühlschrank wurde wahrscheinlich von TÜVTÖRK abgesegnet, oder? Ist das scheiße, Alter. Nice love. Zeig mal her. So schlimm kann die ja gar nicht sein. Die Kühlschrank ist eine attraktive, unintelligente oder frivolische junge Frau. Geil. Stellt euch mal vor, dass es eure Freundin ist und ihr erzählt aus Versehen ein Witz. Ich würde einfach die ganze Zeit nichts sagen, damit sie gar keine Chance hat, über irgendetwas zu lachen. Der King präsentiert Whisky-BBQ-Soße. Saftiges deutsches Rindfleisch. Was ist das für eine random Scheiße, Alter? Ey, wirklich. Genauso wie der hier. Das macht echt alles gar keinen Sinn mehr. Es wird wirklich mal an der Zeit für etwas Informatives hier in den Videos. Habt ihr schon mal einen Apfel ganz nah unter einem Mikroskop gesehen? Das ist wirklich Bildung. Ihr habt doch jetzt nicht wirklich gedacht, dass jetzt etwas Ernstes kommt, oder? Dachtet ihr wirklich, ihr könnt euch hier weiterbilden? Nein, nein. Falsch gedacht. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist dieses Video heute echt random. Diese Clips und einfach alles. Das macht keinen Sinn. Der Bray fährt um 7.10 Uhr los und ist trotzdem um 7 Uhr in der Arbeit. Yo. Er macht einfach Wheelie mit diesen Scootern. Bruder, wie geisteskrank schnell war der unterwegs. Ey. An alle Leute, die auch Schwierigkeiten haben, sich ihr Alter zu merken. Wer auch immer sich das nicht merken kann. Also, was ist los mit dir? Was merkst du denn überhaupt, wenn ich dein eigenes Alter... Naja, egal. Alles, was ihr tun müsst, ist es, euch eine Eselsbrücke zu bilden. Schaut mal. Zum Beispiel beim Drachenlord. Er hat sich die perfekte Eselsbrücke gebaut, um sich sein Alter zu merken. Das bedeutet, ich bin 90, also 1990 ein Jahr alt gewesen. Nimmt man also jetzt von 1990 die letzte Zahl, bin ich ein Jahr älter als das Jahr. Sprich, 90 ist eine Null, mein Alter ist eine Eins. Sprich, ich bin ein Jahr älter als das Jahr. Seit 2000 nehme ich die letzten zwei Zahlen. 2011 war ich, wurde ich zwölf. Was? Was? Also, wenn du 1990 ein Jahr alt warst, wie kannst du dann 21 Jahre später zwölf werden? Bro. 2011 war ich, wurde ich zwölf. 2015, 26. Ach Gott. Also, 2011 warst du zwölf. Und vier Jahre später, in 2015, warst du auf einmal 26? 26. 26. Das ist eine sehr einfache Rechnung, die für mich logisch ist und für mich Sinn ergibt. Ja, sieht für mich auch sehr logisch aus. Und wie alt bist du dann heute, in 2023? Laut deiner Rechnung ja 24, oder? Also, ich, wenn ich einen Stein sehe, sehe ich keine Waffe. Wenn ich einen Stein sehe, sehe ich einen Stein. Ich sehe, was ich mit dem Stein machen kann. Ich kann mit dem Stein ein Haus bauen oder eine Mauer ziehen. Ich kann mit dem Stein einen Grill bauen und Essen herstellen. Oder ein Lagerfeuer. Sowas sehe ich in einem Stein. Ich sehe in einem Stein keine Waffe. Achso, ja. Jetzt, wo du es sagst, ergibt Sinn. 100% textsicher. Also, irgendwie glaube ich, dass sie gar keine Ahnung hat, wie der Text geht. Eins zu eins einfach das Gleiche. Ach ja, und wenn wir gerade schon so über Musik und Rapper reden. Ich habe den freshsten Newcomer in der Hood gefunden. Oh, du schmeißt... Bro, du bist maximal 14. Wieso rauchst du hier im Video eine Kippe? Was bringt das? Dachtest du wirklich, das wertet jetzt dein Video auf? Das lässt sich cool dastehen? Nein, tut es nicht. Du bist scheiße Cringe. Bitte röcht das Video, so schnell du noch kannst. Nein, nein, nein. Einfach nein. Was habe ich mir hier gerade angeguckt? Und was ging in ihrem Kopf eigentlich ab? Wieso macht sie da mit? Gibt es keine anderen normalen Jungs in ihrem Dorf? Wieso ausgerechnet er? Ja, stellt euch mal vor, ihr zieht 14 Jahre eure Tochter auf und steckt Schweiß, Blut, Tränen und all eure Kraft rein, dass sie ein vernünftiges Mädchen wird. Und dann seht ihr dieses Video auf TikTok. Ich hoffe, ich bekomme später mal einen Sohn. Ach ja, und übrigens geiler neuer Song von dir. Wir sehen uns bald in den Charts. Oder in der Entzugsklinik. Ich bin auf dem Gift und beginnt. Schickes Kleid. Aber irgendwie erinnert mich das an was anderes. Gottlos, wer hier gerade gelacht hat. Er schickt mir einfach sowas und denkt, alles ist wieder gut. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Okay, mal abgesehen, dass er voll der B***er ist und dich betrogen hat und nicht mal die Eier hatte, es dir selbst zu sagen. Die Idee von der Entschuldigung ist eine 10 von 10. Also, wäre ich an deiner Stelle, würde ich den Brä verzeihen und es vergessen. Real Talk. Der Typ ist der King der Woche für diese gottlose Aktion. Ernsthaft. Mir leid, Baby. Mir leid, Baby. Ich habe einen Typen gefunden und der hat so viel GTA gespielt. Er rennt vor den Cops weg und jetzt schaltet sein ultimativer Fluchtinstinkt ein, den er bei einem Bankraub in GTA 5 gelernt hat. Bro, er hat einfach wirklich GTA 5 in Real Life gespielt gerade. Der Polizist kündigt danach auch direkt seinen Job. Kein Bock mehr auf den Sch**t. Die Jugendlichen sind viel zu overpowered mit dem GTA 5 Tricks. Ich habe kein Wort verstanden, Bro. Ach, du Sch**te. Also, da verstehe ich gerade alles. Du musst nicht mal was sagen. Was hat dein Friseur da gemacht mit dir? Bruder, du kannst ihn anzeigen wegen Körperverletzung. Yo, Bro. Machst du mir heute mal bitte hinten und oben alles auf 1 cm? Und vorne dann einfach den Ronaldo? Nur mit 10 cm? Man muss echt kein Französisch können, um zu wissen, was er sich gerade denkt. Ich würde damit auch nicht mehr zur Schule gehen, Bruder. Mach einfach zwei Monate krank. Sag, du bist irgendwo in der Kur, im Urlaub. Keine Ahnung. Und komm dann wieder als normaler Mensch. 100% Fleisch. Vala, Bruder. Und Helal. Einmal 8 Euro, bitte. Warum soll dich weg von hier? Schau dich doch mal richtig um. Alles jackpot hier. Du kannst mit... Yo, warum sieht das Ding so aus wie ein Pimmel? Was ist das? Sieht aus wie eine Dose Hundefutter auf dem Spieß. Real Talk, Mann. Was ist das? Der Dönermann hat sich gedacht, er macht heute mal so auf Sparflamme. Er spart ein bisschen Geld und vertickt einfach das Fleisch von seinen Haustüren. Ist ja ekelhaft. Slotte Dinge, die er tun kann, damit sie komplett auf ihn stehen. Okay. Okay, na dann zeig mal her. Ich bin ja echt gespannt. Okay, die coolsten Girls sind Passenger-Princesses. Was für ein Ding? Passenger-Princesses. Was ist das denn? Wir gehen davon aus, ihr seid gerade unterwegs, also du hast sie abgeholt, ihr seid im Auto. Gut, das reicht dann auch wieder. Ich hab nicht mal einen Führerschein. Das einzige, wo sie meine Passenger-Princess sein kann, ist, wenn wir mit diesem Teil hier fahren. Und der Tipp bringt auch nichts für meine Zuschauer, weil keiner von euch ist hier über 14. Da fährt doch niemand Auto oder geschweige denn hat irgendwie Kontakt zu einer Frau. Du musst jetzt rückwärts einparken. Ihr habt das sicherlich schon alle mal gehört. Ich bestätige das hier noch einmal. Wenn du rückwärts einparkst, fußt du deinen Arm, den einen Arm, um ihren Sitz rum, schaust nach hinten, du tust so, als würdest du, als wäre das normal, okay? Und dann lenkst du mit dem, mit dem Handballen ein. Jungs, macht das. Macht es. Mia Gara-Fälle da unten. Ich bin Gwendo und ich bin deine Satisist, die du nie hattest. Sie denkt auch, wenn ich das mache, kommt das rüber wie im Hollywood-Film so. Geile Musik, Zeitlupe, schwarze Filmränder. Ich kann dir ganz genau sagen, wie das endet, wenn ich versuche, cool einzuparken mit einer Hand, weil ich vor dem Girl neben mir auf krass machen will. Danke für den Tipp. Ich habe jetzt zwar keinen Kontakt mehr mit meinem Date, aber dafür habe ich eine 4000 Euro Rechnung für den Totalschaden an meinem Auto. Danke dir. Ich war gestern am Bahnhof und ich hatte echt einen trockenen Mund, so. In meinem Mund war die Sahara-Wüste. Checkt ihr? Und ihr könnt euch auch sicherlich denken, wieso ich einen Pappmaul hatte. Und deswegen wollte ich mir auf entspannt was zu trinken, was einem Automaten holen. Bro, alles gut bei dir? Gebt mir doch einfach meine Power Raid und alles ist cool. Hey, 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 wo willst du hin? Ich will eine Power Raid und kein Monster, bitte. Sehr schön, geht doch. Ist das dein Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst, ihr Reuchler? Dreimal dürft ihr raten, wer kein Trinken bekommen hat. Wer auch immer diesen Sch*** Automaten dort aufgestellt hat, ich werde dich finden. Ich wollte Ihnen mal sagen, Sie sehen aus wie ein schöner Schmetterling heute. Bruder, die Oma hat mies Swag mit ihrer Yolo Cap. Sind Sie ein Schmetterling? Schmetterling. Aber Sie sind auch ein schöner Schmetterling. Miau. Miau. Was für Miau. Wo kam das Miau jetzt her? Miau. Schmetterling. Ich könnte erst... Hallo, hey, 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 hallo. Witzball. Alter, Sie sind ein Witzball. Nein, nein. Kriegen Sie mich doch. Fang mich... Ich hätte spätestens jetzt Todesangst und würde wegrennen, Bro. Im Vollsprint. Miau. Ey, kriegen Sie mich doch. Fang mich doch, du Eierloch. Nein, Spaß. Dann finde ich nett. Spaß, ich mache nur Spaß. Alles gut. Sie sind... Sie strahlen eine positive Ausstrahlung. Miau. Ich habe eine Katze gefunden. Was für Miau, Miau. Was ist da los? Das Video war so geisteskrank random. Würde mich nicht wundern, wenn das in Duisburg aufgenommen wurde. Geiler Geburtstagskuchen. Sie ist selber schon mies abgef***t von diesem Ding. Junge, wer hat den Sch*** gebacken? Ich glaube, sie erschlägt ihre Eltern gleich damit. Drei Jahre Einzelhaft. Nur wegen Kuchen. Ich habe da so einen Dating-Coach gefunden, okay? Und das ist halt Mr. Dating höchstpersönlich. Par excellence. Deine Hammer-Lady in deiner Wohnung. Und du würdest sie gerne küssen, damit das Ganze dann auch weiterführt. Cooler Tipp ist, wenn ihr einfach nebeneinander sitzt. Und dann legst du deinen Kopf so auf ihre Schulter. Und dann sagst du, du bist cool, ich mag dich. Fass rüber so zu ihr. Fass dir durch die Haare. Und dann kannst du sie küssen. Mega geiler Tipp. Hab jetzt eine einstweilige Verfügung. Ja, Bro. Ey, ich weiß echt nicht so, ob das der perfekte Tipp ist. Anleitung ungenau. Darf mich jetzt bis auf 300 Meter keiner Grundschule nähern. Wow, 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 wow. Jetzt hast du was falsch verstanden hier. Lass den Sch***, Bro. Also, Fabian Drexler. Ich glaub nicht so, dass sein Programm das hält, was es verspricht. Zur Traumfrau in acht Wochen. Na, nee, nee, nee. Aber wir gucken mal, was der Typ noch so auf Lager hat als Dating-Coach. Richtig coole Art, wenn du mit einer Frau Händchen halten möchtest. Klar, du kannst einfach ihre Hand nehmen. Warum hört er sich eigentlich so an wie Moneyboy? Ich sehe, du hast ein bisschen Eis. Du musst doch selber abschätzen, was jetzt so ein richtiger Zeitpunkt ist. Du siehst dann eher auch, ob sie Lust darauf hat. Aber ich finde es ganz cool, wenn ich zum Beispiel aus einem Date mit der Frau gehe, aus dem Pub oder so am Abend. Fresh aus dem Pub. Klar, wo soll man sonst gewesen sein, ne? Erstmal im Pub, eine Runde abchillen. Gehe aus dem Pub oder so am Abend. Sage ich noch sowas wie, hey, komm, häng dich ein. So, dann kann sie sich einhängen. Und nach so einer gewissen Zeit wird dann jeder Arm so ein bisschen müde. Und du merkst, ihre Hand geht so ein bisschen runter. Und dann gehst du mit deiner Hand einfach auch runter und hältst ihre Hand. Super easy way, wie du dann auch Händchen mit dir halten kannst. Super easy way, sagst du, ja? Nein, ich lecke ihre Hand an und verschwinde danach im Wald. Im Laufe der nächsten Tage erhält sie dann immer anonyme Geschenke von mir. Tote Eichhörnchen zum Beispiel. Ey, was ist los mit dir, Bro? Du bist ja völlig krank, geh auf mit dem Sch... Ja, naja, die Tipps von dir, Fabian, waren jetzt wirklich nicht so das Gelbe vom Ei. Aber ich werde es bestimmt irgendwann mal austesten, Bro. Wer von euch jetzt bei diesem Clip lacht, ist gottlos. Ich hab nicht gelacht, for real, for real. Ich bin ja nicht gottlos. Im Gegensatz zu euch. Ekelhaft. Oh, hey, guck mal, da kommt ein süßer Pudel. Damn, den Bray hat's echt durch die Kante gehauen. Bruder, wie hast du das geschafft? Die Versicherung wird dir den Schaden bestimmt ersetzen. Du musst halt nur erklären, wie du den verdammten Roller in den Baum gesetzt hast. Bist du zufällig über eine Sprungschanze gefahren, die mitten auf der Straße lag? Bro got the drip. Flamme, Flamme. What the fuck? Er ist einfach eine laufende Mikrowelle. Drip too hard, man. Deswegen würde ich mal direkt direkt sagen, ey, wir fangen mal jetzt einmal an, mit wie viel ist dein Auto wert? Sneaker von Nike, 150 Euro. Hose von Zara, ja, ungefähr 40 Euro. T-Shirt von Black Panthers, 60 Euro. Und Hut? Mikrowelle von Panasonic, 344 Euro. Wer trägt alles einen String? Okay, Leute, ich bin dran. Nächste Karte, String. Alle Spieler, die gerade einen String tragen, trinken zwei Schlücke. Yes. Yes. Yo, 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 yo. Er ist ein bisschen sass. Sass. Also willst du mir jetzt sagen, dass nur Frauen einen String tragen können? Du sexistisches Schwein. Dich sollte man einsperren. Selber schuld, wenn du dich so anzüglich anziehst. Und was ich wirklich anhatte. Nur eben ohne Schal. Und es war abends um circa 23 Uhr. Hier ist es passiert. Hier ist was passiert? Ich hab keine Ahnung, also schauen wir einfach mal in die Kommentare. Hier ist es passiert. Hier wurde mir der Big Mac geklaut. Oh Gott. Ey, ich hab nicht drüber gelacht, okay? Das ist ehrenlos. Die arme Mann. Bro wollte Kampfpanzer fahr... Ey, 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 ey. Hört doch auf. Was sind das für gottlose Kommentare? Als ob die jemand festhalten können. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer gerade da wirklich drüber lacht, ist ehrenlos, okay? Hört auf zu lachen. Das kam sogar in den Medien, Leute. Sie hat alle Jungs verspeist, die dort einfach nur ein Tischtennis-Turnier hatten. Okay, das reicht. Das ist too much. Die armen Jungs. Nein, nein, Spaß beiseite. Was auch immer da vorgefallen ist, über sowas macht man keine Witze, okay? Sie hat bestimmt noch bis heute damit zu kämpfen, okay? Also lasst die Arme in Ruhe. So, Leute. Äh, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Ich liebe einfach den Drachenlord. Und wo wir gerade über ihn reden, ich habe dieses heftige und epische Video von ihm entdeckt. Mittel, Leute. Servus, also wir kommen beim Drachenlord. What the fuck? Ich sage euch, das zwiebelt immer so in die Arme. Das zwiebelt einfach immer so in die Arme. Geiles Edit. Dafür hast du einen Oscar verdient, lieber Rainer. Metal, Leute. Bei mir im Badezimmer war heute eine Spinne auf den Boden. Ich bin jetzt eine... Spinne! Ich wollte sie einfach nur beseitigen und habe das Ganze mal gefilmt. Und naja, was soll ich euch sagen? Das Video endet zwar direkt danach, aber glaubt mir. Das Ding hat meine Kriegserklärung angenommen und sie ist mit einer Armee zurückgekommen. Ich bin direkt geflüchtet. Die sind jetzt alle immer noch in meinem Badezimmer und ich scheiße jetzt einfach auf der Terrasse. Ich muss jetzt warten, bis der Kammerjäger kommt und die Dinger dort mit einer ver... Nuke auseinander nimmt. Ihr kennt doch bestimmt alle Omegle oder OmeTV. Diese Seite, wo man so fremden Leuten begegnet und dann mit denen per Videochat so reden könnt. Alright? Ihr kennt das doch alle. Und ja, das sind auch die Seiten, wo jeder zweite Typ, dem man begegnet, seinen Sch... Und es gibt diesen einen Typen, der macht einfach so ehrenlose Pranks auf dieser Plattform. Sie wollte doch nur normal mit jemandem reden und nicht sowas Krankes miterleben. An das YouTube-Team. Das ist alles nur editiert und ein Prank. Alles nicht echt, okay? It's Comedy. Kennedy! Kennedy! Someone asked me, do you think I'm Spider-Man? And I was like, no. And they jumped off the building. Ach du heilige Scheiße! Die ist ja komplett durchgedreht. Ich frage mich gerade ernsthaft, geht's ihr gut? Die Arme hat eine Panikattacke bekommen. In Kirchheim am Neckar aber schmeckt so eine Automatenpizza. Hab ich noch nicht probiert, aber ich probiert gerade mal ein bisschen. Er hat das Ding einfach komplett reviewed nach einer Sekunde. Hätte er nochmal abgebissen, könnte er dir alle Inhaltsstoffe davon sagen. Der wurde safe bezahlt dafür. Niemand sonst würde eine Pizza aus dem Automaten, aus einem Automaten, mitten auf der Straße so bewerten. Jaja, komm hier, nimm 50 Euro und sag mal, dass unsere Pizza lecker ist für die Kamera. Konus speak, sehr gut. Kelle ist ja überläuft, alles schön, wunderbar. Also kurz, eine Sekunde geht, ich habe eine Frage an ihn. Oh je. Hast du schon mal fremdgegangen? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall. Nein? Sie ist meine erste Beziehung überhaupt. Ja? Ja. Süß, netter und sympathischer Kerl, weiter so. Okay, perfekt. Komm mal kurz, komm mal, du musst wieder, jetzt kannst du da jetzt hingehen. Unter uns beiden, bist du schon mal fremdgegangen? Ja, bin ich. Yo, what the fuck? Wie oft? Kann man nicht sehen. Dreimal oder so. What the fuck? Ich glaube, sie geht gleich das vierte Mal fremd, so wie die beiden sich angucken. Wie versteckst du das vor der Frage? Also wenn ich zum Beispiel irgendeinen Chat habe, dann archiviere ich sie oder lösche ich sie einfach direkt. Also ich weiß ja, wann er kommt und wann nicht. Was? Der Typ steht original drei Meter daneben. Was redet sie gerade da? Der wird doch hoffentlich das Video danach sehen und Schluss machen, oder? Also ja. Der Bril kann das gerade auch nicht fassen. Und, äh, hat du das noch nie erfahren oder so? Nein, noch nie. Mm-mm. Ich lösche das ja auch. Außerdem habe ich mir ja mehrere Namen, wenn ich mich irgendwie bei anderen vorstelle und, ja. Dann merkt man das nie, oder? Nee. Okay, das ist krass. Junge, sie hat fremdgehen studiert. Hier neue Namen geben, da Chat löschen, da eine andere App schreiben. Mein Junge, wenn du das hier siehst, mach Schluss. Oder geh ihr als erstes fremd, am besten mit ihrer Schwester oder so irgendjemand, wo es sie auch trifft und dann mach Schluss. Und willst du ihn wirklich heiraten? Mal gucken, mal gucken. Mal gucken, also eher nicht. Doch, eigentlich schon, aber, ja. Also eher nicht. Eher nicht. Warum bist du dann mit dem zusammen? Einfach so, Zeitvertreib. Zeitvertreib? Oh, Gott. Herr, na. Ja, wieso kann ich nicht mal ein Mädchen kennenlernen, die mit mir einfach als Zeitvertreib zusammen ist? Wieso kann ich so einen nicht kennenlernen? Bitte. Ich frag doch nicht nach mehr. Ach ja, ich weiß wieso. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mich beim ersten Date immer so verhalte. Junge, wie schlecht hat er erst noch versucht, am Ende zu überspielen. Ja, ja, alles gut. Man hat überhaupt nicht gesehen, dass die gesamte Pommes gerade wieder ausgerotzt wurde. Erfolgreiches erstes Date nenne ich sowas. Ob es noch ein zweites danach gab? Ich glaube nicht. Bro, was ist das für ein Prank? Kein Wunder, dass er dich danach direkt schlagen wollte. Stellt euch vor, ihr wollt nur kurz Seiten frisch machen. Und auf einmal macht das euer Friseur bei euch. Oh, yeah. Ich hab heute so ein Video von Nussred gefunden, wo er wieder so Menschen füttert mit irgendeinem Fleisch, was 3000 Euro kostet. Achtung, ja. Achtung, ja. Oh, man, der Arme. Er hatte schon solche Hoffnungen. Sein Herz ist gebrochen, als er das plötzlich seinen Kollegen gibt. Die Mädchentoiletten. Soll ich mal im Ex schreiben? Nein. Die Jungs-Toiletten. True, aber das ist die gute Seite von den Jungs-Toiletten. Es gibt doch eine schlechte und dunkle Seite der Macht. Und die sieht ziemlich genau so aus. Jedes Mal immer wieder ein Abenteuer gewesen, sobald man durch die Tür kommt. POV. Habe Schule viel verpasst. Äh, entschuldigen Sie, wo ist der Bahnhof? In Englisch, please. Er hat einfach kurz neue Sprache erfunden. Ich sehe die erste Sekunde und stoppe hier mal ganz kurz. Es gibt jetzt vier verschiedene Ausgänge für diese Situation. Und ihr müsst erraten, welche die richtige Antwort ist. Also, wie geht die folgende Situation weiter? A. Er balanciert es wieder aus und alles ist in Ordnung. B. Es fällt ihm aus der Hand und alles ist ge... C. Keine Ahnung, ich bin dumm. D. Nichts. Überlegt weise. Und die richtige Antwort ist... E. Die komplette Erde explodiert. Natürlich nur ein Spaß. Wir schauen jetzt mal, was wirklich passiert. Let's go! Das war einfach sein erster Arbeitstag und er weiß direkt, alles ist gelaufen für ihn. Das war's mit dem neuen Job. Kündigung direkt. Okay, okay, also hier sind jetzt paar Mädchen und die müssen sich für eine Seite immer entscheiden. Okay, ihr checkt das Prinzip. Geld oder Liebe? Hey, baby, let me see it. Hey, baby, 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 I just wanna eat... Ah, ja, haha, nochmal die Freundin schnell gerettet am Ende, ne? Glück gehabt. Okay, Burger oder gesundes Brokkoli? Hey, baby, 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 let me see it. Ähm, ich will nichts sagen, aber ich glaube, wir haben hier einen Imposter unter uns. Genau das bin ich eins zu eins im Musikunterricht gewesen. Bro, du hast dir die Note 5 auf dem Zeugnis auf jeden Fall verdient. Was geht da ab bei dir? Welchen Song versuchst du da grad zu performen? Banger, wirklich Banger. Kommt in meine Playlist. Ey, ich hab grad noch drüber geredet, dass die Jungs-Toiletten wirklich eine andere Liga sind. Und jetzt treten wir gemeinsam wirklich ein. Zu der dunklen Seite der Jungs bloß. Wenn der Lehrer mich dabei erwischen würde, würde ich einfach sagen, ja, das ist für Schulprojekt. In Biologie, wir sollten gucken, wie lange die Pflanze in einem Klo überlebt. 10 von 10 Ausrede. Ich hab jetzt schon mal den perfekten Tipp für den nächsten Winter. Ein Lifehack sozusagen. Und ihr wisst ganz genau, die Lifehacks hier sind besonders gut immer. Falls ihr im Winter mal gerade keinen Schneeschieber da haben solltet, nehmt doch einfach das hier. Normaler Montagmorgen in Duisburg-Be-Like. Heute gibt's jetzt Nackes und Pommes zum Abendbrot mit Kräuterschoße. Die Nackes schön verteilen auf das Plätz. Max, wo sind schon wieder deine Augenbrauen hin? Und ab im Backofen werfen. Und dann jetzt die Pommes-Packung noch aufmachen. Und aus dem Backofen ran. Und schon wird das fertig. In der Zeit macht jetzt halt die Kräuterschoße. Jeder, der die hier kennt, weiß, dass die Tiefkühl-Pommes einfach immer nach Fuß schmecken. Ja, aber nicht nach diesem Fuß, sondern nach diesem Fuß. Wie ist das jetzt alleine? Bro, das ist original für eine fünfköpfige Familie. Lass dir deine 50 Nuggets und 300 Pommes auf jeden Fall schmecken. Und viel Spaß auf der Toilette. Jungs, ich glaub, ich hab heute die heftigste Sprachnachricht von einem real Gangster gehört. Ach, wir fassen 70 Jahre für die Gang, ja. Jeder weiß, dass ich schon mal für die Gangs hab. Juhu, da hast du 187-Rapper-Jesus gehört. Mein Idol. Geiler Anfang schon mal. Direkt 187, kurz im Hintergrund ballern, damit jeder weiß, dass hier ein echter Gangster am Apparat ist. Ja, wir saßen ein paar Jahre, aber ist das länger für ihn, weil ich... ...ein paar größere Dinge hatte. Ähm, und ich bin kurz davon, mein nächstes großes Ding zu rocken. Weißt du schon, das ist irgendwie die Polizei oder sowas. Kurz mal ne Nase geschnieft. Jonathan ist gefährlich. Boah, ja man. Jonathan ist mies gefährlich unterwegs. Ähm, das ist das letzte Mal aufgelesen gelassen. Ich hoffe, äh... Warum nimmst du auf, Bruder? Wie man es halt auch erwartet von einem realen Gangster. Direkt skeptisch, wenn jemand plötzlich dich aufnimmt. Diese hochillegale Top-Secret-Sprachnachricht darf natürlich nicht von den Cops abgehört werden. Hä, 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 hä. Würd ich dir nicht sagen, was passiert. Meld dich mal bei mir, Homie. Wir klären ein paar... ...eine so Sachen. Bisschen Geld. Bisschen Geld, paar Geschäfte, dies, das. Ich hab tatsächlich grad auch ein lukratives Geschäft am Laufen. In der nicht ganz einfach getragene Socken von mir an irgendwelche Fußgellen 40-jährigen Penner vertickt. Respect the hustle, alright? Send mir was mal, dass ich sonst aus, Homie. Geil. Ja. Was sollte jetzt dieses Geil am Ende, Bro? Geil. Ich weiß auf jeden Fall ganz genau, dass Jonathan spätestens in den nächsten fünf Jahren in den Knast wandert. Bro, wie groß ist dein Mund? Yo, 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 okay, Bro, chill, chill, chill. Ey, entspann dich mal bitte, okay? Das hat grad ganz schnell ne ganz, ganz komische Richtung angenommen. Ich dachte so, du zeigst uns hier ein bisschen dein Talent, dass du paar Chips, paar Karotten in deinen Mund nehmen kannst. Aber was geht jetzt ab? Warum hast du jetzt die Gottverdammte Puppe in deinem Mund, Bro? Lass es dir schmecken. Und fragt mich nicht, wieso, aber ich glaub, der Bruder ist Coca-Cola-Fan. Ich weiß auch nicht, wie ich so darauf komme grad. Ähm, Ralf, ist alles okay bei dir? Also wirklich, wenn du Hilfe brauchst oder so, schreib einfach ganz groß Hilfe unter diesem Video in die Kommentare. Ich rette dich vor, was auch immer da abgeht bei dir. Ähm, ja, nice. Da passen viele Bananen rein, ja, ja, ja. Geil, Bro, mach auf jeden Fall weiter so. Ich hoffe, ich seh dich nächstes Jahr beim Supertalent. Weil das hier ist wirklich ein Supertalent. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so viele Bananen im Mund hat. Ralf, wenn du erpressen wirst oder irgendwas anderes, dann schreib mir hier unter diesem Video. Ich helfe dir, okay? Bitte, Ralf, ich mach mir Sorgen. Er hat das wirklich mit Style gehittet, okay? Cristiano Ronaldo wäre stolz auf ihn. Und es war auch wirklich korrekt von ihm. Er hat vorher nochmal gecheckt, ob er ihn wirklich berührt hat. Und dann hat er sich erst für die brutale Gewalt entschieden. Und das sieht nicht so aus, als hätte er das das erste Mal gemacht. Er ist ein Professional Seitenspiegelzerstörer. Freunde, zum Abschluss von diesem Video gibt es noch einen hilfreichen Lifehack. Damit ihr hier auch was lernt und nicht alle von euren Gehirnzellen verliert, okay? Ich denk noch an eure Bildung und an eure Zukunft. Gut, das erste Problem ist jetzt, dass ich leider keinen Mercedes-Benz hab. Aber alles gut, dafür nehm ich einfach den von meinen Nachbarn. Der wird das schon verstehen, dass das halt für einen TikTok ist, so. Bro, entspann dich mal. Denkst du, ich hab hier zu Hause ne Werkstatt, sodass ich diese Dinge zusammenlöten kann? Mit Aluminium oder was weiß ich? Bro, ich hab an manchen Tagen nicht mal Essen im Kühlschrank. Woher soll ich jetzt diese ganzen Geräte nehmen? Ich dachte, sowas solle jetzt ein Lifehack sein, den man ganz easy nachmachen kann auf Locker. Auf Lock, nigga. Wir sind wahrscheinlich jetzt schon so bei 200 Euro Kosten für die Materialien. Und ich hab keine Ahnung, was das werden soll oder mir bringen soll. Bitte sag nicht, dass das ein Helm werden soll. Hell nah, Bro, bitte nicht. Das sieht so scheiße aus, oh Gott. Aber hätten die Leute vorhin mit den Inlineskatern mal auf ihn gehört und die Helme aufgehabt, wär's wahrscheinlich besser ausgegangen für sie. Also vielleicht, Freunde, macht ihr diesen Trick nach und eines Tages wird dieser Goofy-A-Helm euch das Leben retten. Vielleicht heute, vielleicht tragt ihr heute diesen Helm und plötzlich fällt ein gottverdammtes Flugzeug auf euren Kopf. Und dann rettet der Helm halt, so. Weil, er ist krass, so. Er ist von Mercedes-Benz, so. Und wegen Marke. Der Lifehack war wirklich scheiße. Okay, in diesem Clip sehen wir einen Typen, der einfach ganz entspannt trainieren will. Und plötzlich läuft irgendjemand vor seine Kamera im Gym. Ihr kennt das doch. Die Leute, die sich im Gym immer filmen und das dann überall auf Social Media posten. Und die regen sich dann auch immer auf, dass Leute einfach so vor die Kamera laufen. Wir gucken mal rein. Ich bin 100% bei dir. Ich wär auch genervt, wenn einfach ein T-Rex, ein Dysanosaurus-Dysa-Dy-Dy-Dyranosaurus-Rex einfach vor meine Kamera im Gym laufen würde. Ich würd mich beschweren und den Typen wahrscheinlich noch aus dem Gym kicken lassen. Sowas geht gar nicht. Oder sie. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was das Geschlecht von diesem T-Rex ist. Bitte cancelt mich nicht, okay? Wenn deine Augen funkeln, bedeutet es, dass du Jungfrau bist. Okay, anständig, dass ihre Augen auf jeden Fall funkeln. Meine Augen würden so aussehen. An alle Rap-Fans hier draußen. Es wurde auf TikTok eine Aufnahme von Uzi geleakt. Von Lil Uzi, alright? Leute, die aktiv Rap hören, die kennen ihn natürlich. Und Freunde, diese Aufnahme sollte definitiv nicht an die Öffentlichkeit geraten, denn sie leakt. Einen komplett neuen Banger von ihm. Der Song ist 10 von 10. Diesen Track würde ich auch ganz gespannt dann in meine Sex-Playlist reinpacken, die ich leider immer alleine höre, weil, ähm, ja, ich hab keine Freundin. Wie Ausländer Kaugummi kauen, wie Deutsche Kaugummi kauen, Thorsten schuldet mir noch 47 Cent. Nein, nein, Thorsten schuldet nicht nur 47 Cent. Thorsten schuldet 47 Cent plus 10 Euro wöchentliche Zinsen. Und wenn er das als Spaß sieht und nicht so bezahlen wird, dann gibt's eine Anzeige. Das gibt eine Anzeige. Lehrer, warum lachst du? Mein Gehirn? Laut ist gleich lustig. Ist mir egal, was für ein Clip dort ist, sobald der übersteuert ist, 10 Mal lustiger. Hey, meine Damen und Herren, was ist mir los? Es ist schon wieder dieses Flash-Film. Okay, okay, bitte. Fat Mo. Der Name passt ziemlich gut. No front. Okay, bitte sagt mir, er trichtert jetzt wirklich diese Spaghetti mit Tomatensauce. Ich hab's grad wirklich im Gefühl, dass das ein geisteskrankes TikTok wird. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie gut. Echt gut. Der Bruder zieht geisteskrank durch. Oh mein Gott, er macht das nicht zum ersten Mal. Ich seh das. Ich erkenne einen Weltklasse-Spaghetti-Trichterer direkt an seiner Technik. Echt nicht gut. Alter. Jetzt kommt Bier, jetzt kommt Bier. Bier kommt? Bier kommt? Hey, chill doch mal. Lass ihn doch erstmal diese Spaghetti zu Ende trichtern. Die Jungs schitten direkt Bier oben mit nach, damit du gleich gut runterspülst. Sehr lecker. Wow. Ey, der Arme ist grad so am Leiden. Aber er macht alles für das TikTok. Ich appreciate das. Danke, dass du den Content von diesem Video füllst. Bier kommt, Bier kommt, Bier kommt. Nein, lass, 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 oder? Lass. Jetzt kommt noch weiter. Mehr noch, mehr noch. Ja, weiter, weiter. Er will das sogar. Er will weiter. Kommt. Er sagt schon, Jungs, macht weiter. Kippt noch mehr. Ich brauch Bier. Direkt mehr, mehr. Mehr. Aber da kommt viel Schauen. Lass, lass, reicht. Lass, lass. Lass, lass. Lass, lass. Lass, lass, lass. Lass, 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 lass. Lass, 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 lass. Okay, er hat anscheinend das mit dem Bier doch nicht so gefeiert. Digga, er hat einfach die, er hat die ganzen, nur. Es ist so wunderschön. Okay, die letzten fünf Sekunden waren einfach like a boss. Ich muss jetzt auch hier einfach mal in die Hände klatschen für diese geile Aktion. Der Typ ist eindeutig der King der Woche. Ich will nicht wissen, was noch für gottlose Sachen auf dem Splash so abgegangen sind. Wir rufen jetzt irgendeinen Reiterhof an und fragen, ob ich reiten kann mit 150 Kilo. Eine Frage, ich wollte gerne reiten und ich wiege 145 Kilo. Geht das? Nee, keine Chance. Wieso? Bei 80 ist Schluss. Bei 80? Was ist das für ein Pferd, ein Pony? Ganz normale Warmblüter. Wie kann denn bei 80 Kilo Schluss sein? Also ich muss sagen, ich wiege auch 80 Kilo und ich würde sagen, ich habe noch eine normale Statur. Wie reiten denn Menschen zu zweit auf einem Pferd? Vielleicht wiegt dann nur jeder 60 Kilo oder 50 oder so. Okay, bei 80 Kilo ist Schluss, aber wenn zwei Leute drauf sind, die 50 bis 60 Kilo wiegen, dann geht es. Okay, super. Mathematik durchgespielt. Ich habe bei dem letzten Reiterhof, wo ich angerufen habe, hat sie gesagt, die Dame, das ist Tierquälerei, wenn ich das mache. Ja. Ja, ganz trocken einfach. Ey. Boah, ich sage euch aber ehrlich, das arme Pferd. Stellt euch mal vor, dort kommt wirklich ein Typ, der 150 Kilo wiegt. Damn, boah, he's sick. Stellt euch vor, ihr seid das Pferd. Ihr denkt, jo, heute ist wieder ganz normaler Tag. Ein, zwei Leute auf meinem Rücken haben und ein bisschen rumreiten. Und auf einmal wird dein kompletter Rücken auseinandergenommen. Und du musst doch die Show spielen und mit dem noch paar Runden im Kreis laufen. Kein Problem, ich nehme schnell 70 Kilo ab. Ciao, ciao. Bunyi Jumping. Moin, moin, hören Sie mich? Ich wollte mal fragen, und zwar, bis wie viel Kilo geht euer Bunyi Jumping? Das geht bis 90 Kilo. Ich fick 145, das heißt, das geht nicht, ne? Kann man da nicht irgendwie zwei Seile zur Verstärkung machen dann sonst? Wie viel ist nochmal ungefähr die genaue Zahl? 145. Also es ist so einfach, als ob man zwei Menschen da dran hängt und dann die springen, weißt du? Ja, ja, ist richtig, aber das ist, das ist fett. Yo, 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 okay. Du musst ja nicht so direkt sein. Chill, Bro, chill. Das ist fett, ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich würde es nicht probieren. Ich würde es probieren, Abogoku. Ich würde es probieren, Bro. Aber bitte mach dann ein Video davon, damit ich das in diesem Video verwenden kann. Damit ich Content hab und Klicks mach. Kannst du die Tür öffnen? Ich glaube, du hast es geschafft. Yo, okay, entspann dich. Nimm doch einfach ein Teil und geh dann, anstatt 50 auf eine Hand zu balancieren. Das kann nur in die Hose gehen. Kannst du die Tür öffnen? Ich glaube, du hast es geschafft. Ich kann es nicht. Uh, ja, super. Toll. Alles auseinandergenommen. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Und was ist das überhaupt für eine ekelhafte Freundin? Sie filmt das einfach und sagt, ja, ja, du schaffst das schon. Du schaffst das schon. Und wer hat den Rasenmäher da an den Weg gestellt? Ich bin schon ein kleiner ASMR-Fan und schau mir das wirklich manchmal zum Schlafen gehen an. Und neulich habe ich diesen chilligen ASMR-Livestream auf TikTok entdeckt. Entspannend. Bro, wie ehrenlos ist dieser kleine Bruder da? Eine Schweigeminute an alle, die während dem Stream wirklich eingeschlafen sind. Und dann wegen dem kleinen Brä sich so erschrocken haben und aufgewacht sind. Alle, die sagen, das ist ein Prom-Döner, da steht doch Dönerbox. Junge, hat er gerade ehrlich am Anfang gefurzt? Bro, wie ekelhaft. Steig den Schiss doch einfach raus. Was ist denn los mit dir? Wie soll ich irgendwie eine Meinung oder keine Ahnung was von dir ernst nehmen, wenn das Video so startet? POV, dein russischer Freund ist bei dir zu Hause. Ihhh, Junge, wieso in mein Gesicht aber? Baaah! Egal wie sehr ich meinen Freund mögen würde, ich würde ihn raushauen direkt. Das ist ja ekelhaft. Blääd. Blääd. Sie, ich bin nicht so eine. Auch sie, fünf Minuten später. Baaah! Alle Mädchen sind gleich. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Boah! Junge, ich würde jetzt schon ausrasten und den Typen beleidigen dafür, dass er so eine Scheiße mit mir macht. Ihm geht's auch gar nicht mehr gut. Boah! Ich glaube, das ist noch viel schlimmer als der Sprung selber. By the way, YouTube, das hier wird natürlich alles von Stuntmännern ausgeübt, okay? Niemand verletzt sich hier. Das ist ja klar. Boah! Boah! Why? 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 Oha! Wie er ihn einfach runter kickt. Übertreibt doch! Mach doch gleich Randy Orton RKL mit ihm und zerstör ihn komplett. Watch out, watch out, watch out! Wir beobachten im folgenden Clip Männer in der freien Natur. Wie es so üblich ist, sind die Jungs dort im Video auf 2 Promille draußen am Herumspazieren. Was soll nur schief gehen, fragt man sich. Geht's los? Ja. Pick dich. Oh Junge, Alter. Junge. Bro, es war so klar, dass spätestens in den nächsten Sekunden irgendwas passiert, was total abgef***t ist. Woher kam dieses Fahrrad plötzlich? Oh Junge, Alter. Wie die Arme noch geschrien hat. Aber wenigstens ist hier nichts passiert. Stellt euch mal vor, die hätte irgendwie noch so einen kompletten Frontflip gemacht, wie der Kollege im letzten Video im Rollstuhl. Ey, das war so gottlos. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Chip hier kennt. Der ist gottlos. Gottlos scharf. 2 Millionen Skouville. Das ist, glaube ich, genauso schmerzhaft, wie wenn du deine Zunge auf die Herdplatte hältst. Der Chip nimmt dich auseinander, okay? Das ist dein Untergang. Und auf jeden Fall gibt es diesen Bray hier. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Name ist. Und wir nennen ihn jetzt einfach mal Eugene. Und Eugene bekommt einen 10er. Bro, ich würde das niemals für einen 10er machen. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall bekommt Eugene 10 Euro, wenn er diesen Chip jetzt isst. Und für zwei Minuten danach nichts trinkt und keine Mine verzieht. Was ist mit dem Weihnachtsmann dort hinten passiert? Geht's dem Bruder noch gut, oder? Ich glaube, bis jetzt ging noch alles, aber so langsam geht's wirklich los. Und seine Fresse fängt an zu brennen. Ja, na klar bist du alright. Der Arme stirbt gerade schon innerlich und versucht es zu überspielen. Wir sehen es doch alle, Eugene. Du bist kurz vorm Eulen. Wer ist das denn jetzt, heilige Mutter Maria? Wieso sieht sie genauso aus, wie ich mir die obdachlosen Frauen am Frankfurter Bahnhof vorstelle, die mich um 3 Uhr morgens nach einem Euro und einer Zigarette fragen? Ey, yo, hast du mal einen Euro oder eine Ziese für mich? Cool, ich gebe dir 20. Alright, you know what? Boah, er ist so am Leiden. Seine Augen sind schon voller Tränen. Er ist so am Heulen. Ihm geht's gar nicht mehr gut. Aber trotzdem dickes GG an dem Prefis durchziehen und ich hoffe, er wurde jetzt nicht komplett verarscht und ausgenutzt und hat den Zehner nicht bekommen. Proof Japan is living in the 3000s. Und für alle Sprachleger-Szeniker, das heißt übersetzt, der Beweis, dass Japan in den 3000ern lebt. Perfekt. Ja, immerhin besser als die türkischen Eisverkäufer. Oh, ich werde ein bisschen lang. Eis! Das ist ein Dreck. Bro, gib mir doch einfach das Eis. Ich habe so einen Freund, der heißt Marc. Und würde er dort stehen und der Eisverkäufer würde das bei ihm machen, er würde ausrasten und den Eisverkäufer das Eis auf der Hand schlagen und mit dem Stab ihn dann einfach verprügeln und dann seinen Eiswagen anzünden. Und das alles nur, weil er sein Eis nicht direkt bekommen hatte und verarscht wurde. Bro, original sowas, immer wenn meine Mutter gesagt hat, hey, äh, könntest du dir Getränke halten, bis wir zu Hause sind? Ja, genau sowas passiert dann auch immer. Aber es ist ja auch verständlich, wer trinkt bitte so viele Getränke, holy shit. Ah, goodness. Puh. Wollt ihr dich? Wirklich? Ich stirb noch einmal. Ich stirb noch runter. Wollt ihr dich? Ja, Wollt ihr dich? Yo, 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 Bro, alles gut? Seine Stimme ist so geisteskrank am Cracken. Er wird immer kurz für eine Sekunde so zum Feuermelder. Ja, Wollt ihr dich? Er ist ja komplett am Durchdrehen wegen einem Ford GT. Oh, was würde mit ihm passieren, wenn da jetzt ein Lamborghini oder Ferrari auftaucht? Ja, Leute, hier gibt's Nulland. Ähm, nice Mikrofonqualität. Entspannend. Nein, Bro, du machst das jetzt nicht. Er hat es getan. Oh, nein. Wie kann dir das schmecken, Junge? Ey, wie konnte das Video noch so enden? Es tut mir leid, wirklich. Handy ist leise, der volle Ausraster. Freunde, macht euer Handy komplett auf laut. Hast du Probleme? Ja, habe ich! Oh? Oder hat die da gerade gefurzt? Ist sie gerade nach oben gegangen und hat gefurzt? Bruder, diese Anrecken hat er, Max. Ja, wie ekelhaft. Was soll die Scheiße? Dissert ihr scheiße? Und wenn du nicht willst, dann ich meine Probleme hier aufhebe. Dann verwisst ich! ZZZ. Ziemlich zügig. Wie soll man denn bitte ein normales Leben führen, wenn man die TikTok-App öffnet und das als erstes sieht? Bro, wir leben in einer Simulation, also das kann das nicht sein. Das war ultra cringe. Also dieser Furz zwischendurch, der war ultra ekelhaft, aber auch irgendwie saftig. Ich sag euch ehrlich. Wenn eine Oma euch anspricht, weil ihr anders aussieht und sie euch ihre... Ich kann nicht reden, Bro. Wenn eine Oma euch anspricht, weil ihr anders aussieht und sie euch ihre Sprachskills zeigen will. Oh, kommen sie aus Afrika? Ja. Ich hab diese dunkelhäutige Sprache, warte mal. Weißt du? Nein, ich glaub sie weiß nicht. Was war das für die Sprache, Bro? Okay, Freunde, der Typ im nächsten Video ist mit Abstand der ehrenloseste Typ, den ich je in meinem Leben gesehen hab. Er geht zu Leuten und schneidet ihnen die Haare und tut so, als wäre er Friseur. Er sagt denen, er ist Friseur und schneidet ihnen dann die Haare, alright? Dabei ist er kein Friseur und schneidet die Haare komplett beschissen, alright? Ihr checkt, glaub ich, auf was ich hinaus will. Zieht's euch einfach rein. Bruder, Herb sitzt da grad noch und denkt, der bekommt jetzt einen richtig freshen neuen Schnitt verpasst. Der Arme weiß noch von nichts. Ey, warum hat der Bruder so viele Schuppen? What the f***? Alright, man, just the finished result. Herb, how'd you like it, man? Good. You want me to show you it now? Oh, Mark. Oh, my God. Das famous Haar für Herb. Darüber wird er sich bestimmt freuen. Der Arme, Bro. Wenn der das jetzt genauso lässt. Unser Bray-Herb wird das wahrscheinlich niemals mitbekommen, weil er sich niemals im Spiegel von hinten anschauen wird. Yeah. Catch. Check it out. Oh, yeah, that looks pretty good. Oh, yeah? Yeah. Looks nice from the front. That's good. Oh, my God. Ja, guck mal, Leute, wie ich's euch gesagt hab. Der Arme wird das niemals von hinten sehen. Der wird jetzt auf die Straße wieder gehen und sich denken, er läuft so ganz selbstbewusst dort lang und denkt sich, Boah, yeah, ich hab einen freshen neuen Haarschnitt bekommen. Und dabei hat er das auf seinem Hinterkopf. Wala, der Typ ist gef***t. Ich sag euch ehrlich, er ist gef***t. We got a next client over here. What's your name, man? I got you. I'm gonna get you right, man. Und da haben wir auch schon den nächsten Kandidat. Der nächste Kandidat, der denkt, er bekommt einen neuen freshen Schnitt und wird gleich komplett auseinandergenommen. Okay. It's the progress right here. Still working on it. Almost done. Oh, nein. Oh, nein. Warum hat der Bruder jetzt so ein Schachbrett auf den Kopf? Finish result, man. How you feeling, man? Okay, cool. Looks good. Yeah, my God. Do a spin for me. Let me see that back real quick. Oh, yeah. Looking too good, man. Ey, das ist Körperverletzung eigentlich, ne? Wenn man jemandem die Haare verkackt, zumindest ist es in Deutschland so, dann kann man den einfach anzeigen wegen Körperverletzung. Und das ist definitiv keine Körperverletzung. Das sieht f-f-f-f-f-f-f-fresh aus. Das macht dann bitte 50 Euro. Das würde ich anziehen, wenn ich morgen meine Cousine heiraten würde. Ja, das ist auch schon das Outfit. Ist am Ende eh egal, was ich anziehe. Zwangs-Heisert. Ihr wisst schon, was soll sie machen? Abhauen, oder was? Ähm, okay, Bro, okay, okay, Bro, also die Hose sieht wirklich nice aus. Gottlos, Bro, das ist gottlos. Jetzt kipp jetzt erstmal Coco, Wurzlacher, ne? Oh, Max, Bro ist heute mal wieder mit einem fantastischen Kochvideo da. Und heute gibt es wahrscheinlich, wie es aussieht, irgendeinen Kokosnuss-Shake. Ich bin gespannt, weil ich muss sagen, Max, Bro macht sonst immer geile Rezepte. Ich bin mal gespannt, was er ja heute macht. Na, kommt da oben und macht was? Okay, du, 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 du. Ein bisschen ist rausgekommen. Abonah. Ja, super, geile, geile Kokosnuss hast du dir gekauft. Er wurde komplett verarscht. Ein bisschen Milch rein. Okay, Milch. Okay, Wasser. Ein bisschen Zinsorin. Okay, Zitronensirup. Ein bisschen Mayonnaise. Hey, 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 hey. Was macht denn Mayonnaise jetzt? Max, woher kommt die Mayonnaise jetzt? W- Woher kommt die gottverdammte Mayonnaise? Warum machst du jetzt eine Mayonnaise rein? Ich dachte, du willst dir einen ganz normalen Shake machen. Was geht jetzt ab? Decke auf Abartig Leute, was als nächstes? Ja, abartig, was als nächstes? Wie wäre es als nächstes einfach Uranverseuchtes Wasser? Das wäre jetzt so mein Vorschlag Boah, ja perfekt, super Da hat schon jemand direkt alles auseinandergenommen Den kompletten Boden auseinandergenommen Geil Stellt euch vor, ihr bekommt sowas zu essen Und es fällt euch einfach direkt runter Boah, vor allem bei Meckes Ihr kriegt schon so Keine Ahnung, was gerade mit mir los ist Aber ihr kriegt auf jeden Fall schon so diesen Fressfleisch Ihr wollt gerade Ihr wollt schon unbedingt essen Und dann fällt euch das Ja, perfekt Perfekt, super Aber Wollah, was macht eigentlich Haaland da? Haaland, Haaland Selbst die Bayern haben Angst Bei dir dient das Ganze Gaggen du auf eine eigene Welt Oh nein, ey Holy, holy Aua, aua Aua, aua Ja, Bro Ich glaub dir schon, dass das Aua ist Heilige Scheiße, Bruder Was, was, was Bruder, was hast du da gemacht mit dir? Sowas passiert auch original Nur Leuten, die einfach mit den Jungs Voll im Suff sind Der Boxautomat ist dem Typen einfach sein Endgegner Rest in Peace an seiner Hand Rest in Peace How to style the flow Alright Freunde, wir gucken mal Ein kleines Hair-Tutorial für die Jungs Hey, das ist ein halbes Buch Ich hab jetzt schon wieder die Anleitung komplett vergessen Was denkst du? Denkst du, ich bin hier in der Schule? Denkst du, ich hab meine Haare studiert? Oder was hat Der Typ hat eine eigene Persönlichkeit Seine Haaren gegeben Was hat er da gemacht? Er hat wirklich studiert für diese Frisur Okay, ich sag euch ehrlich Das sieht schon ziemlich fresh aus Und ich schieb schon ein kleines bisschen Auge Weil Bro Mir wird dieses Haar-Tutorial überhaupt nichts bringen Meine Haare sehen original so aus Straight up so An alle Jungs, die auf jeden Fall solche Haare haben Jungs, ihr habt's geschafft Ihr seid wirklich ihr Macher Ich muss leider wirklich so mein gesamtes Leben rumlaufen Und kann niemals sowas machen, alright Aber dafür hab ich einen großen Immerhin Ich gehe nie wieder zu Edeka Nie wieder Das ist so cringe Das ist wirklich Also wenn mich jemand fragt Hey, was bedeutet eigentlich so cringe? Was ist das? Dann würde ich ihm dieses Video zeigen und sagen Schau mal So wie du dich fühlst, wenn du dieses Video guckst Genau so fühlt es sich an Wenn man sich todes weg cringet Auch die Kinder dort Also bitte Kinder finden eigentlich alles lustig Und sogar die denken sich gerade What the f*** geht hier ab? Die sagen danach auch zu ihrer Mutter Mama Nie wieder Edeka Nie wieder Edeka bitte Lieber Kaufland oder Penny Leute, man hat alles im Leben erreicht Wenn man von einem 350.000 Euro Auto Abgeholt wird Ähm, ja das stimmt tatsächlich Und ich kann dir sagen Ich hab alles im Leben erreicht Denn jeden Morgen holt mich dieser 350.000 Euro Mercedes-Benz ab Manchmal holt er mich sogar zweimal am Tag ab Aber Naja Ich will es ein bisschen lowkey halten So Ich möchte jetzt Naja Nicht unnötig flexen im Video Versteht ihr so? Wir sind hier in unserem schönen Badezimmer in Türkei Schön Ich putze meine Zähne mit Salzwasser Da kommt Salzwasser raus Ich dusche mit Salzwasser Okay, das ist wirklich beschissen Das ist eigentlich das Worauf man sich am meisten freut Nachdem man im Meer war Endlich dieses ekelhafte Salzwasser abwaschen Und sich wieder clean fühlen Und der Bre ist jetzt einfach 24-7 mit Salz bedeckt Der Arme Und ich hab nicht mal meine Privatsphäre Weil Digga Die Tür gehe ich zu Hier ist zu groß Und nach unten Digga Digga, der Türke war glaube ich Kinder Kindermacher Äh, nee, das war ein Kind Das er gemacht hat Ah, der Türke Nee, der Türke Der war Kindermacher Bro, was willst du uns damit sagen? Also Kindermacher? Ja, normal Der hat bestimmt mal ein paar Kinder gemacht Aber also Hä? Jetzt zeig mal deine Dusche her Und Bruder, ich dusche mit Mercedes Immer wenn ich das mache Der macht Bro, brauchst du ein Hustenbonbon oder so? Was ging mit deiner Stimme ab? Ich brauche auf jeden Fall diesen Durchkopf Das ist der maximale Flex Wenn du auf ein Date bist Kannst du sie ein bisschen heiß machen damit so Ey, shorty Sogar meine Dusche ist ein Mercedes-Benz AMG Und kein Golf Und kein Fiat Oh, der Original-Ich bei meinem ersten Kuss Der Bré macht miese Side-Eye Es heißt übrigens Wenn man die Augen nicht schließt beim Küssen Dann liebt man den anderen nicht An das Mädchen? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen Aber Du denkst vielleicht Er ist der eine Aber nein Er ist es nicht Er liebt dich nicht Er betrügt dich höchstwahrscheinlich Sorry, aber es ist halt so Der Bré ist einfach kurz zum Feueralarm mutiert Aber wo geht er jetzt hin? Legt er sich jetzt schlafen dort hinten? Ist das seine Crip? Ist das seine Wohnung? Stellt euch mal vor Er bringt ein Mädchen mit nach Hause so Ja, ja, hey Wollen wir noch in meine Wohnung gehen? Und dann geht der Bruder da hin Und die chillen sich dann so auf eine Matratze Die dort in der Ecke liegt Bruder, was ein krankes Schwein Das sieht auf jeden Fall nach einem idyllischen Ort aus Zum Chillen Coole Lichter-Show Aber wenn ich überlege Dass ich dort in der Crowd stehe Voll besoffen Oder vielleicht sogar noch auf irgendwelchen Pillen Die mir irgendein Junkie vor Ort angedreht hat Und ich einfach nicht Nein sagen konnte Ich würde wahrscheinlich einfach einen Epilepsie-Anfall bekommen Und mich für zwei Tage in Trance befinden, Bro Ich würde komplett dumm gehen, Digga Junge, jetzt mal for real Wer hält das denn länger als fünf Minuten aus? Ich war kurz davor aufzugeben Aber dann ist mir eingefallen, was Max Pro mal sagte Der Hochplatz geht mal was raus Und auch gewohnt in eine Tür Hins eine kotze Drehe oder Hä? Max, was laberst du? Falls ich irgendwann mal sterbe Will ich dieses tiefgründige Zitat In meiner Traumaanzeige stehen haben Der Hochplatz geht mal was raus Und auch gewohnt in eine Tür Hins eine kotze Drehe oder Wow, das hittet echt hart Er hat so recht, Mann Und man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist Deswegen Freunde, Jungs und Mädels Und Max Pro Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben Und ich setze mich dann auch auf euren Daumen einmal drauf Wir sehen uns morgen Ciao 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 Ciao